Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3, Titan Lords, mal wieder der ganze Titel. Und wir reden jetzt mit Khan, denn wir haben beim letzten Mal alle Dingis gefunden, alle Trophäen, alle Gnom-Trophäen. Wegen der Auriculcis. Was hältst du hiervon? Dieses Zepter ist das Auriculci von Osi. Mit ihm konnte er die Mächte des Himmels und der Erde herauf beschwören. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Kobolde seine wahre Macht erkannt hätten. Du hast nun alle Auriculcis gefunden. Ich werde sie reinigen und bald wieder an ihren angedachten Ort bringen. Nimm dies als Dank für deinen großen Dienst. Jetzt muss nur noch der Koboldkönig besiegt werden. Und auf unserer Insel kann endlich wieder Frieden einkehren. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, bitte ich dich, Ulvi aufzusuchen. Er wollte dich sprechen. Okay, sprich mit Ulvi. Machen wir das jetzt gleich, weil vielleicht schlägt er ja, würde ich mir so ein bisschen vorstellen. Oh, hier ist eine Blume, die ich das Klingenblatt, die ich das ganze Zeit übersehen habe. Das ganze Zeit übrigens. Ich fange schon so an zu sprechen und zu denken wie die Gno hier. In so Halbsätzen, die zwar Sinn ergeben, aber nicht grammatikalisch korrekt sind. So, Ulvi, was möchtest du denn mit mir beraten? Willst du deine Hilfe für den Koboldkönigkampf anbieten? Ich hoffe es. Nicht der Rede wert. Wenn Humi nix kann reden, brauchen Zähne. Ulvi schenken dir Zähne. Das ist ja... Klasse. Humi gut, Klopper. Aber Kobolde weitere Lager auf Insel. Ulvi Smilla, wenn Humi helfen. Ich kümmere mich um die restlichen Koboldlager. Farmo, hier nehmen Fackel und brennen alles nieder. Jetzt nicht übertreiben, Kleiner. Hm, na schön. Haha, Koboldplage, ja. Hier nehmen Fackel und brennen alles nieder. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Alter, jetzt ernsthaft? Oh Gott. Oh, hier ist ein Alligator. Der hat nichts zu melden, wenn ich ihn einmal quasi am Sack habe. An den Eierhaaren. Anziehe. So, hier ist alles okay. Laufen wir einfach mal noch durch die Koboldlage durch. Dann hier rechts rum. Hier oben. Bei dieser komischen Flagge. Hier... Oh, hier ist aber was. Blutwurzel. Ist es gerade Abend oder so? Ja, ich glaube, es wird bald Abend. Die Sonne ist dann immer so... Na ja. So wie sie halt ist. So. Was wohl wird sein? Melis Aurikulki? Der sitzt ja so... Oh, die ganze Welt mag mich nicht. Oder... Oh, ich bin Versager. Aber... Egal, fick dich. Scheiß Affe. Aber irgendwie trotzdem... Sagt er immer nur... Oh, was wird wohl mein Aurikulki sein? Ja, Alter. Passt ein bisschen nicht ganz zusammen. Deine Körperhaltung und... Das, was deine Gedanken sind. Und... Blub. Hier rüber. Okay. Der Kallnaffe macht irgendwie noch Shake-Übungen. So ein bisschen Disco, während er abkratzt. So. Gut. Ähm. Warum so ängstlich? Ich bin Gno. Ach, stimmt ja. Hab ich vergessen. Gno nur leben, weil vorsichtig. Und nicht immer Attacker, wenn sie ihren Bolde. Omis und vorsichtig und immer auf Klopper aus. Da ist was dran. Okay. Ich will mit dir... Ich will dir keinen Taschendiebstahl machen. So. Ich löse das mal aus. Ja. Ach, shit. Oh, sehr gut. Guter Konter. Wunderbar. Ah, perfekt. Diese Konter sind echt wunderbar. Oh, hier ist das Wirt wahrscheinlich die Höhle. Ah, das ist dieselbe Höhle von der anderen Seite. So. Dann würde ich sagen... Aufs Maul, Kobolde! Ihr Wichser. Weißt du was? Scheißt auf euch. Ich. Ihr seid es gar nicht wert, dass ich mich irgendwie anstrengere, euch zu töten. Ihr seid einfach Kugelfutter und Ende. Und Ende. 13 von 14. Wo ist der letzte? Oh. Ach nee, das war's schon. Okay. Der... Oh, ich mag die genug. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Die... Die Kobolde sind echt Arsch. Ich freue mich schon, wenn wir dann gleich ihren König vermöbeln. Also so richtig... Wumm, wumm. Auf die Fresse. Eisen, bitte. Danke. Kommt es mir nur so vor. Da gab es in letzter Zeit sowas von wenig Eisenerz. Also auf der Nebelinsel, glaube ich, gab es gar nichts in die Richtung. Hier ist noch eine Kiste. Ist ja auch recht selten hier auf einer Gnominsel. Weil im Normalfall haben die eh mal alles bei sich, weil sie eben Angst haben, dass es hier gestohlen wird. Nein, so, so, so und durch. Danke. Super. Rapier. Boah. Alles ziemlich Arsch, aber trotzdem. Angeschenkten Gaul und so. So, wo ist jetzt der Koboldkönig? Irgendwo da drinnen. Das heißt, wir werden hier reingehen. So. Oder wir werden hier auch nicht reingehen. Ist ja auch schön. Dann gehen wir halt hier in den Strand. Also in den Strand vor allen Dingen. Über den Strand. Hu, boh, 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 boh. Hu, das hat Schaden gemacht. Aber ganz egal. Wir haben mehr als genug Proviant, um fast alle Schadensmengen auszugleichen. Also, ich glaube gegen einen Granegotzu hätte ich inzwischen, also hätte ich momentan so viel in der Hand. Und ich kann einfach rum und Proviant spammen, während ich mich mit Kugeln eindecke. Es kann mich nichts momentan irgendwie töten, wenn ich nicht zu dumm bin und mich nicht heile. Also außer durch Dummheit kann ich momentan echt nicht sterben. Also zumindest nicht aus Proviantmangel. Ja, kämpfe! Ach so. Ich dachte gerade, wer bist du? Warum greifst du mich an? Gut so. Okay, wer bist denn du? Gabu. Ein Homie? Was macht ein Homie auf Insel der Gno? Ich bin nur auf der Durchreise. Ah, du bist reisender Homie. Gabu, intelligenter Gno. Versucht, Hono der Gno in Welt zu vergrößern. Gabu auch dem Taki, dem Klauen, abgeschworen. Er jetzt arbeiten für Kulki und Gold. Du arbeitest? Jipp, jipp. Gabu arbeitet. Gabu ist Jäger. Was jagst du denn? Ich jage ein furchtbares Gotzo. Ein Monster, so furchtbar sein, dass Gabu Angst hat, es zu nennen. Spuck's aus. Wir nennen es den Gnomfresser. Eine furchtbare Bestie. Sie frisst Gno und klaut unsere schönen Dingi. Die Bestie so schrecklich, dass kein Gno sich in ihre Nähe traut. Sie so grauenvoll, dass... Ich hab's kapiert. Schreckliche Bestie und so. Ich glaube, was er uns gerade beschrieben hat, ist der Grane Gotzo. Ich helfe dir, die Bestie zu töten. Homie würde das tun? Homie ist ein guter Kumpo. Dieser Gno weiß genau, wo das Gotzo sich versteckt. Du sagst mir Bescheid, wenn ich dich bringen soll? Mach ich. Oh, die Frage ist, meint er den... Der meint nicht den Koboldkönig, nehme ich an, oder? Ich denke mal nicht, also machen wir. Lass uns gehen. Bevor wir gehen, sollte ich Homie warnen. Dieses Gotzo ist Stoff aus dem Legenden gebraut werden. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Folge mir. Ich bringe dich zu ihm. Ich weiß schon... Meint, es ist nicht der Alligator, oder? Feste! Feste! Ah. Nix aufhören! Weiter so! Aufs Maul! Auf dein überdimensional großes Maul! Ach, leck mich! Ach, leck mich, Scheißkrabbe! Ganz ehrlich! Sehr gut, ja. Guter Kampf. Würde ich auch so sehen. So, wo ist es denn? Sag nicht, dass du Schildkulte. Das wäre lustig. Es scheint aber doch in Richtung des Gnomkönigs zu sein. Also von daher... Vielleicht bringt er mich zu ihm. Ich wäre aber sicher nicht schlecht. Weiter! Weiter! Ich glaube kaum, dass der Gnomkönig... Gnome... Äh, der Gnomkönig... Genau, der Koboldkönig Gnome frisst. Wobei, vielleicht sehen die Kobolde den Grane Gotzo als ihren König an. Das wäre natürlich auch möglich. Oder vielleicht ist ein Leviathan, weil wir hier so nah beim Wasser sind. Es könnte der Leviathan sein. Würde mich nicht wirklich wundern. So, ich schalte euch mal aus. Oh, nee, es sind gleich zwei. Ich glaube kaum, dass er... ...ein Doppelfieh meint. Also dass er gleich zwei Viecher auf einmal meint. Oh, das ist cool gemacht, dass er hier schon schwimmen muss. Das ist nett gemacht. Aber er meint nicht die, oder? Nein, er lauft. Das ist doch Gnomfresser. Doch, er meint den. Sieh dich um, Homie. Es ist gefährlich hier. Okay. Dein Gnomfresser ist Geschichte. Gabo ist Homie sehr dankbar. Diese Gotzo war große Bedrohung für Gno. Die Kobolde sind dagegen eine einfache Viko-Aufgabe. Wenn du das sagst... Gabo muss jetzt dringend gehen. Viele wichtige Aufgaben noch auf Eiler. Tschüss, Homie. Ciao. Bist du hier kein Gnomfresser? Bist du ein normaler Leviathan? Ja. Ja. Okay. Also der eine Leviathan ist quasi die Karriereleiter aufgestiegen. Hat mit ein paar sexy Gnomen... Äh, Kobold... Scheiße. Äh, Kobold-Dame geschlafen. Und ist die Karriereleiter dann zum Gnomfresser aufgestiegen, oder was? Kann ich mir das so Pi mal Daumen vorstellen? So, was ist denn jetzt hier? Ist hier schon irgendwas? Oh, wahrscheinlich über mir, oder? Kobold-König. Aber hier scheint kein genug Kobold-König zu sein. Warum ist hier so ein Marker? Oder ist das nur... Hopp. Wenn diese Zeit deutlich kürzer wäre, wäre es deutlich schwieriger, den auszuweichen, aber... Ich glaube, das eine X zeigt nur an, wo ich reingehen soll. Oh, Kobolde. Die aber hier nicht angezeigt werden, also nicht aufgelistet. Mit Zahlen. Ah. Hopp. Komm. Alter. Drecksarsch. Vieh. Hier, danke. Da hinten... Wobei, da könnte das eine sein, wo ich nicht hin... Oh, nein. Ach, stirb. Genug von dem Parieren und dem Dreck. Noch einer. Was sind hier für hunderte Viecher? Ende. So. Ich habe keine Lust, da irgendwelche hunderttausend Sachen zu machen. Ohne Blutkappe. Das ist, glaube ich, sogar was, was ich direkt in meine Werte... Genau, das direkt... Es ist zwar Geist und damit das, was ich eigentlich mit am wenigsten oder sogar wirklich am wenigsten brauchen kann. Wie viel Geist habe ich denn allein schon? Ich habe das nie geskillt und habe 25. Der Anfangswert ist, glaube ich, 10. Oder 20. 20, glaube ich. Aber ich habe auf jeden Fall schon einige Punkte bekommen. Einfach, weil ich aufgesammelt habe. Ende. Ich habe so viele Scheißkugeln. Ich habe 500 Kugeln. Und ich weiß nicht, ob es ein Maximum gibt. Oh. Kristallader ist schön. Kann ich mal wieder ein bisschen was an Kohle schaufeln? Eigentlich Kohle-Spitzhacken. Das war dumm. Ich weiß schon. Magische Kristalle ist schön. Hier ist sonst nichts. Dann auf zu dem Gnom. Äh, Koboldfresser. Äh, nein. Koboldkönig. Viel zu viele Namen. Moment. Aber da geht es doch sicher raus, oder? Oder auch nicht. Ist das hier nur ein anderer Weg? Es ist nur ein anderer Weg in das Koboldlager. Genau. Hier kann ich ja wahllos morden. Hier gibt es ja keine Aurekulkis. Halt! Scheiß aufs Parieren. Ich greife an. So, wo ist denn hier der Gnomkönig? Der ist noch ein bisschen weiter vorn, ne? Alter! Gut, reinblocken könnt ihr gut, aber... wird auf Dauer nicht nützen. Vor allen Dingen, weil ich stärker und größer bin. Und beides umviel. Also. Gnomkönig. Äffchen. Gut, dass du kein Unschuldiges bist. Das hat dir jetzt das Leben gerettet. Ach. Oh! Ha! Alter! Alter! Seht ihr den? Seht ihr den? Alter! Alter, ich habe gerade versucht, ein gutes Thumbnail für den rauszukriegen, aber... Deswegen habe ich mir ein bisschen Deport angestellt, aber... Den kann ich nicht looten, also er hat nichts dabei. Ist okay, aber... Ich kann auf jeden Fall wieder irgendwas steigern, aber ich würde, wenn dann... Nahkampf oder Fingerfertigkeit momentan steigern wollen. Das kann ich hier beides noch nicht. Von daher unnötig. Von daher unnötig. weil es einfach zu knacken war. Okay. Dann, das sollte Papageienflug sein. Jupp. So, dann schauen wir jetzt gleich. Wo? Es gab ja noch eine letzte Sache. Entlaufen. Der ist hier. Hier. Sehe ich das von hier aus? Ist das das Plateau dort vorne? Schaue ich da genau drauf? So ziemlich. Egal. Let's try. Weil dort hinten ist auch irgendwie was. Ah ja, ich nehme es mit. Ich nehme ja gerne alles mit, was ich kriegen kann. Von daher... habe ich jetzt auch auf meiner neuen Website so geschrieben. Website übrigens kleine... Oh, Goldgeil. Website übrigens gerade kleine Ankündigung. Wird zwar noch ein Video dazu kommen wahrscheinlich, aber ich sage es jetzt schon mal als allererstes. Ich gestalte gerade meine Homepage neu und die wird wahrscheinlich so Anfang Dezember oder Ende November fertig sein. Folge übrigens der Spur des Goldes und du kommst zu einer Kiste, wo vielleicht gute Dinge drin sind. Ah. Nein. Nein, okay. Also so, 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 so. Okay. Verstanden. denn, uh. Meier. Höllen und Beschwören ist ganz okay, aber ich habe es zwar noch nicht probiert, ich habe es aber schon einmal irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, wo. Ist es ein Dunkeldürger? Egal. Wupp. Blblblblblblblblblblblbl. Die so hohe Algen würde ich übrigens in echt nicht schwimmen, weil die sind recht gefährlich. Weil so ganz große Algen, die, da kann man sich schon mal drin verfangen und wenn man sich dann drin verfängt, dann ist das schon mal ein bisschen, ich habe hier übrigens noch was übersehen, ich weiß, ich habe das nur, mir ist, oh, eine Schatulle, das ist gut. Hier ist Gold. Habe ich alles. Kerzenständer, Eisenherz, sehr gut. Okay, jetzt kommt Edward einfach mal an. Ich dachte, Moment, was? Das war gerade für mich so ein bisschen heftig. Oh Gott, okay. Nur ein Golem, kein gerade, gottsausrissen zwar. Wobei, ich glaube, wie gesagt, ich war, glaube ich, damals recht schwach, als ich den gemacht habe. So, stirb. Oh Gott. Na? Ja, es war brutal. Die Stimme kriege ich schon halbwegs so hin wie Edward. Oder zumindest so wie eine Verarschung von Edward. Oh, da ist noch was. Alles klar, Captain? Nein, leck mich. Hier, Gold aufnehmen. Ein Goldstück ist viel weniger, wichtiger als du. Noch eins. Oh Gott. Die Wichtigkeit. Oh, die Wichtigkeit. Leck mich. Hier ist noch Gold. Wenn du dich mir und meinem Gold in den Weg stellst, gibt es Fresse. So auf die Fresse. Moment, die sind, doch, die sind dagegen, die sind dagegen immun, aber ich habe trotzdem kritische Treffer gelandet, die kein Leben abgezogen haben. Das ist Spielelogik. Naja, egal. Da lang geht es, da lang. Das müsste das sein. Ja, okay. Das heißt, wir haben alles hier auf dieser Insel erfuhr. Ach nee, scheiße. Oh, muss ich da hier rüber? Oder werde ich hier auf diesem Weg irgendwo hinkommen? Ich glaube ja fast nicht. Ich glaube, ich sollte wirklich in den Norden gehen und von dort aus dann das machen. Aber vorher erzähle ich Kahn noch, was passiert ist. Und bevor das passiert, werde ich, ich sollte mich nicht einfach umdrehen und anklicken, weil dann werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal, oder häufiger, mit Edward reden, was ich nicht wollte. Also zumindest in der Situation. So, egal. Ich kann, ich komme ja schnell wieder hin. Ich gehe mal kurz zum, ich gehe mal kurz zum Schiff, sage ich. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Herr Godbones, meinst du nicht, ich merke mir das? Ich will das einfach im Moment nicht. Und Ende. Bis zum Morgen. Alles tut weh. Aber ganz ehrlich, ich glaube, auf See zu schlafen, ich habe noch niemals auf See geschlafen, in einem Zug schon öfters und so, aber auf See stelle ich es mir dann doch noch ein bisschen härter vor, weil du halt ständig ein, so ein Wanken des Schiffes hast. Das kann zwar recht beruhigend sein, nicht umsonst mögen Babys in der Wiege, wenn sie geschaukelt werden, aber ich stelle es mir ja zum Kotzen vor. So, Kahn. Alles ist erledigt. Wo fangen wir denn an? Die Kobolde aus den Vorposten wurden vertrieben. Verstehe. Reiche Beute für den schwarzen Schatten. Ich hoffe, er ist nun satt. Es macht mich traurig, so viel Tod auf meiner Insel zu sehen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich weiß. Du hast getan, was getan werden musste. Hier. Es soll dir Glück bringen. Sehr gut, danke. Der Anführer der Kobolde ist tot. Sie hatten also tatsächlich jemanden, der ihnen den Weg gewiesen hat. Sag Homi, wie hat er ausgesehen? Ähm. Wie ein Kobold, nur dicker. Wie eine dicke, fette Made. Ja, eigentlich wieso, wenn du ein Kobold so ein seltsam altmodisches Bürgermeisterkostüm angezogen hättest. Ich glaub, das untere ist weniger. Ich weiß nicht, ob ich da durch Seelenpunkte verliere, aber prinzipiell stimmt das untere. Wie ein Kobold, nur dicker. Er scheint ihnen jedenfalls eine gehörige Angst eingejagt zu haben. Andernfalls hätten sie wohl nicht so gewütet. Die Hauptsache ist, er ist platt. Du meinst tot? Ja, von mir aus auch das. Danke, Homi. Als Kumpo aller Gnome hast du dir einen Teil des großen Gnomenschatzes verdient. Nicht schlecht, danke. Sehr cool. Die Insel ist wieder sicher. Die Kobolde stellen keine Bedrohung mehr dar. Was macht dich so sicher? Ohne den Koboldkönig sind sie führungslos und von den Vorposten geht keine Gefahr mehr aus. Und ohne die Macht der Aurikulkis können sie sich auch nicht mehr unserer Schamanen bedienen. Du sagst es. Ich denke, es gibt zwar noch einiges zu tun, aber damit werden wir Gnome schon fertig. Du wirst als Hüter des Friedens in unsere Geschichte eingehen. Danke, Homi. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ist das Letzte, was wir noch tun müssen, diesem einen Gnom hier zu helfen. Und das machen wir, indem wir einfach noch mal den Weg Richtung Ulvi gehen. Haben wir eigentlich wirklich auf dieser Insel nur zwei Teleporter? Tatsache. Kommt mir ein bisschen wenig vor. Wobei, vielleicht ist hier im Norden noch einer. Hm? Oder hier ist zumindest eine Maki-Bäre und ein paar Affen. Scheiß Affen! Ich hasse Affen! Nein, ich hasse es! Nein! Holy Shit! Nein, nein, nein! Oh, Bobo! Oh, nein! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich bin so... So, stirb! Danke! Oh, Bobo! Ganz ehrlich, ich wäre fast runtergesegelt. Und von da unten wäre es ein langer Weg hoch gewesen. Also, wirklich, der Weg nach unten würde mich nicht töten, aber es wäre halt arschig, wieder hochzukommen. So. Ich habe ein bisschen was dabei. Habe schon wieder 260 Proviant. Wie gesagt, im Laufe der Folgen kriegen wir immer tendenziell mehr Proviant als weniger. Was cool ist, aber auch ein bisschen seltsam. Da unten. Ah, ich gehe erst mal da lang. Ja, da oben müsste der jetzt irgendwo sein. Okay. Der Vogel hatte keine Bedeutung. Außer, dass er einen Vogel hatte. Pilz ist sehr gut. Was ist denn hier schon wieder für ein Höhlen-System? Äh, äh, gut, normales Äffchen. Uh, apropos Äffchen. Hä? Hä? Okay. Hallo? Hey, Backpfeifengesicht. Wer, ich? Frag nicht so blöd. Mir passt deine Visage nicht. Also such dir einen anderen Platz zum Rasten. Der hier ist belegt. Wird jeder von dir so herzlich begrüßt? Nein, die anderen habe ich von der Klippe getreten. Zufrieden? Nö. Dann hör gut zu. Wer mir dumm kommt, bereut es ganz schnell wieder. Kapiert? Ja, ich hab kapiert, dass du ein Idiot bist. Okay, du willst also ein Tänzchen wagen. Verstehe. Zu schade um dein Gesicht. Aber mit der großen Fresse macht man sich keine Freunde. Niemand muss hier sterben. Ach was. Erst die Fresse aufreißen und dann einen Rückzieher machen. Naja, bist dann wohl doch nicht so bescheuert, wie ich dachte. Für heute hast du den Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen können. Eher umgekehrt. Warum bist du hier? Wegen den kleinen Scheißern, die hier rumrennen. Das heißt? Na was wohl? Kies, Knete, Zaster. Sklaven sind sehr gefragt. Wenn du willst, verkaufe ich dir ein. 500 Goldstücke. Wegen der Sklaven. Doofi Freikauf. Uh. Ich kaufe ihn dir nicht ab, du kleiner mieser Wichser. Wie kann man nur so tief sinken? Jetzt mach hier mal keinen auf Moralapostel. Wir müssen alle sehen, wo wir bleiben. Wenn du nichts gelernt hast, dann hast du keine große Auswahl. Es gibt immer eine Wahl. Du hast gleich nicht reden. Dir hat man doch sicher von klein auf den Arsch gepudert. Mir wurde nie etwas geschenkt. Also erzähl mir nichts. Und mit der Begründung ist es richtig, anderen alles zu nehmen? Nein, aber es lebt sich leichter mit Gold in den Taschen als ohne. Das müsste sogar jemand wie du verstehen. Das wird nicht mehr gehen. Ich bin noch nicht gut genug. Also fuck off. Vergiss es einfach. Werde ich auch. Hauptsache du vergisst nicht, dass ich 500 Goldstücke für den Kleinen haben will. Kannst du schon mal... Wegen des Sklaven. Der schönen Arschramm. Lass ihn frei oder du wirst es bereuen. Warum riskierst du dein Leben für so einen Furz? Lass das mal meine Sorge sein. Normalerweise würde ich dich jetzt einen Kopf kürzer machen, aber... Ich denke, es gibt da noch einen Weg, wie wir uns einigen können. Du bekommst von mir 200 Goldstücke und vergisst, was du hier gesehen hast. Deal? Nein. Mit Typen wie dir mache ich keine Geschäfte. Na schön, Schmeißfliege. Spricht ein letztes Gebet. Dich schlappen! Es hat drei Seelenpunkte gegeben. Oh, wo? Achso, ich dachte, ich wäre hinter mir. Au, du Penner. Ganz ehrlich, das kann ich auch, du Arsch. Ja, du willst mir blöd, komm. Fick dich. Ende. Sehr gut. Was habt ihr denn so? So. Räumen wir mal alles hier aus. Die sind ja eh noch ein paar Sekunden bewusst. Was für Arschlöcher. Ich habe drei Seelenpunkte bekommen, weil ich mich nicht auf diesen Kackhandel eingelassen habe. Hätte ich aber auch so nicht, glaube ich. Hey, was soll das? Gar nichts. Ich wollte nur schauen, ob ich wieder einen Traum habe. So. Dann würde ich sagen, du bist frei, kleiner. Kleiner Darwin. Äh, nicht Darwin. Davi? Davi? Irgendwas mit... Davi, glaube ich. So, bitte. Ja, ich glaube... Ja, nee. Dovi. Homi Halpo? Äh? Alles wird gut. Du bist frei. Was? Frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Valakampa, okay? Ah. Dovi Valakampa. Gib, gib. Na bitte. Geht doch. Freie Dovi. Sehr gut. Und damit, dass diese miesen kleinen Arschlöcher jetzt auch aus dem Geschäft sind, habe ich jetzt... Oh, ich habe ihn getötet, okay? Ist auch besser so. Weil das ist... Moment, apropos. Hier wird es noch möglich sein, wahrscheinlich ein Äffchen reinzuschicken. Um mir noch ein paar Sachen zu holen, was ich sehr gut finde. Zum Beispiel... Fisch und Gold und Hühnchen und alles Mögliche. Und Ring. Allen möglichen Scheiß. Und sogar eine Geisterblume. Aber mehr auch nicht. Gut. Jo, bitte. Hier noch einen Pilz. Habe ich den nicht schon vorhin eingesammelt? Egal. Wie gesagt, wir haben gerade einen Kampf gegen zwei Menschen hinter uns und wir haben mehr Proviant, als wir reingekommen sind. Das ist doch seltsam. Ist aber egal. Wir werden denen mal über die Plünderer der... Oder nicht Plünderer, sondern die... Gnomhändler da oben erzählen. Damit die sich vielleicht besser wappnen können. Die müssen echt lernen, wenn da jetzt so jemand nochmal kommt. Die können sich nicht auf mich verlassen. Die müssen schon schauen, dass sie sich selbst befreien. Achso, nein. Moment, ich... Habe ich das? So gut bin ich auch nicht. Nein, shit. Aber ich meine... Aber ich kann nicht... Ach nein, das... Mich schickt ja... Mich schickt ja der hier. Malik. Genau, er war ja sein Piwi. Also, Dovi war Malik sein Piwi. Sein Lehrling. Bitte, er ist zurück. Freust du dich? Bist mir dankbar? Bitte irgendwas? Das... Dovi ist in Sicherheit. Miss Miller. Aber wo er ist gewesen? Er hat sich von einem Typen namens Russell gefangen nehmen lassen. Böse Homies auf Insel? Hoi, ich dachte, Homies wären gut. Nicht alle, leider. Hauptsache, Dovi zurück. Dann er kann mir helfen. Hier, du hast es dir verdient. Guter Homie. Fällt mir jetzt erst ein, also A, ich glaube, das war alles für die Insel der Diebe. B, wir sind mal wieder komplett menschlich, obwohl wir Level 93 waren am Anfang meiner jetzigen Aufnahme, die jetzt über zwei Folgen ging. Und ja, damit würde ich sagen, wer hier alles erledigt, wir kehren zurück zum Schiff und bei uns wird uns Volker watschen oder auch nicht. Wir werden jetzt unsere Crew inspizieren. Bist du jetzt glücklich? Und damit werden wir einen Abschluss an der Gnominsel, äh, Gnominsel. Ja, Gnominsel. Gnomeninsel finden. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Gnome glauben an das Leben nach dem Tod. Emsig sind sie bemüht, alles zu Lebzeit dafür zu geben, ihre Habe zu vermehren. Am Ende allerdings erwartet sie die Erkenntnis, das im Schattenreich Besitz keine Bedeutung hat. Tragisches Schicksal. Das also ist die Insel der Diebe. Ja, pass bloß auf deine Taschen auf. Außer du willst als Bettler enden. Hatte ich nicht vor. Gut, ich will zwar nicht behaupten, dass ich den Genomen nicht traue, aber du traust ihn nicht. Schon verstanden. Äh, mit dir? Je länger ich deine Taten beobachte, desto größer wird mein Respekt vor deinen Leistungen. Knapp dem Tode entronnen, wirst du trotzdem nicht müde, weiterzukämpfen. Das zeugt von großem Kampfgeist und Mut. Ich bin stolz, mit dir in die Schlacht gegen die Schatten ziehen zu dürfen. Mir geht es genauso. Männer wie uns werden sie niemals besiegen. Wir werden die Schatten zurück in die Dunkelheit drängen. Ja, das ist ein wahres Wort. So, was schaut jetzt mit deinem Papa aus? Polly lieb. Ja, Polly ist lieb. Polly wäre aber noch viel lieber, wenn er mir endlich erzählt, wo die Höhle von Pollys Papa ist. Strand. Höhle. Mangroven. Südosten. Takarigua. Oh. Cool. Okay, noch einmal langsam. Ja, irgendwo auf Takarigua gibt es eine Höhle. Am Südoststrand der Insel irgendwo, ja? Höhle, Krach. Höhle, zu. Okay, also eine eingestürzte Höhle. Und da drin ist dein Papa, ja? Pollys Papa braucht Hilfe. Na schön. Dann werde ich deine eingestürzte Höhle suchen. Wehe, wenn du mich veräppelst. Ja, Polly lieb. Ja. Wer ist Pollys Papa? Ich frage mich echt, meint er ein Vogel oder meint er seinen ehemaligen Besitzer? Hey. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Schon knuff ich diese Gnome. Allerdings muss man in ihrer Gegenwart höllisch auf sein Gold achten. Einmal nicht aufgepasst, schwupp ist alles weg. Gut, dann sind es hier noch zwei, die wir befragen können. Kapitän? Einmal Horas. Was denkst du über diesen Ort? Die Jungs hier machen es richtig. Die Gnome nehmen den ganzen Quatsch da draußen nicht so ernst. Naja, sie haben ja auch genug eigene Probleme. Mag sein, aber selbst wenn es ihnen besser gehen würde. Glaubst du, dass sich je ein Gnom gefragt hat, welche Macht wohl morgen die Weltherrschaft übernimmt? Ich glaube eher nicht. Nein. Wenn man genauer darüber nachdenkt. Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Die Gnome sind Diebe. Doch das ist noch kein Grund, sich sterben zu lassen. Falker Mord hat sich noch nie ausgezahlt. Wir müssen ihnen helfen, ihre Welt zu retten. Die Ringe oder diese Risse, diese Adern, um Edward's Augen werden immer und immer schlimmer. Ich hoffe inständig, dass er nicht am Ende abkratzt. Weil er ist eher Patty und Bones sind so. Also auf Horrors und den Gnom da, dessen Namen ich nicht einmal mehr weiß, könnte ich fast verzichten. Aber die drei sind so ziemlich meine liebsten Leute. Und auf Sadek. Also Sadek, Horrors, den Gnom und den komischen Käpt'n. Ist mir ziemlich egal. Käpt'n? Also relativ. Und nein, das meine ich nicht rassistisch, weil zwei davon keine weishaltigen Menschen sind. Ich mein's nicht rassistisch. Ernsthaft. Die Gnome haben viel Kraft, aber sie verschwenden sie. Das Graben nach Schätzen hat sie verrückt gemacht über die Jahre. Aus ihnen werden niemals gute Krieger werden. Okay, das ist mal... Nein. Nein. Okay. Gut. Dann jetzt hier noch Jaffar als letztes. Jaffar ist etwas verwirrt. Wohin genau geht die Reise? Ein Teil von mir ist im Schattenreich. Tja, und nun suche ich überall nach Hilfe. Ah, ist so etwas wie die Suche der Gnome nach Auri Kulki. Jeder Gnom muss einmal in seinem Leben diesen einen Gegenstand für sich finden. Eine große Reise, die erst zu Ende, wenn wir das eine Dingie gefunden haben. Jaffar versteht jetzt besser. Danke, Homie. Ach ja, hier ist etwas Gold für meinen Käpt'n mit guter Seele. Ich frage mich, weil wir jetzt 100, also wenn wir jetzt voll menschlich sind, 100 Seelenpunkte haben, ob die Menge, weil der das gerade so gesagt hat, ob die Menge an Gold, die er uns gibt, abhängig ist von dem, wie menschlich wir sind. Wäre cool, da alles blaue Ozean. Wäre aber auch cool, wenn man da in der Distanz irgendwie noch eine Insel ausmachen könnte. Egal. Nächstes Mal geht's dann zum einen nach Takarigua wegen Pollys Papa und zum anderen nach Kila, weil auf Kila ist dann das allerletzte, was wir uns holen können, und zwar an Hilfe, und zwar diese eine, wie heißt die nochmal? Sekunde. Hier, Kila. Nein. Geisterritual, genau. Chani, genau. Und wo ist dieser richtige Ort nochmal? Weiß das auch jemand? Der ist auch auf Kila. Okay. Also, nächstes Mal dann Takarigua und Kila, und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen 3. Bis dahin, tschüss Leute. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.